Ich bin der Nero Und wir wissen nicht, ob wir verkacken werden oder... Wir werden gewinnen, weil das unsere Mech ist Was sagst du denn? Wie war das denn bis jetzt heute? Digga, bitch, lol Ja, das ist okay, aber Wie sind heute die Kämpfe bis jetzt gewesen? Naja... Die ersten zwei Runden heute haben wir, glaube ich, gewonnen Und danach fast nur noch verloren Falls ihr oben sind, das ist ja unser Dream Team Für oben auf dem Dach Bei Bum Bum Dürüm 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 Yeah Bitch Loy Bitch Ich sag dazu jetzt mal nichts zu den Texten Verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Du getrackt, das ist richtig gut Ich weiß nicht, was er gegen mich auflegen hat Ich mag Nordenwegen Ich war zwar noch nie da, aber so bis jetzt mag ich's Ich kenn aber auch keine Norweger Kennst du Norweger? Oh, oben Okay Ich hab's mal gemacht Ich hab mich mal aufgeopfert Für eine Bombe Weil die anderen das ja sonst nicht finden Noch 10 Sekunden Naja, wir haben ja die Bombe Hier spring in den Fernseher, in den Fernseher 5 Sekunden bis Einsatz Aber deswegen haben wir unser Dream Team genommen Damit wir oben einfach mal alles öffnen können Ob wir damit auch so gut sind, das wird sich noch herausstellen Was hat der gerade gesagt? Ich weiß es nicht, ich glaub der will gemutet werden Ich glaub das hat er ganz eindeutig erzählt Mutet mich Habt ihr doch auch gehört, Leute, oder? Weiß ich nicht Ich hab nicht aufgepasst Ich achte auf sowas mal nicht Dascher, kannst du hier kommen? Ach Jetzt soll ich hier aufmachen? Du kleiner Wer hat das gesagt? Dascher Kannst du das hier aufmachen? Und jetzt mach ich los Geht noch nicht Doch jetzt, das dauert immer nicht an Wolltest du nicht in der Mitte? Ja, kann ich trotzdem Leute, Bombe ist klar Ich muss nachladen Geht nicht, ich komm hier nicht hoch Warum komm ich hier nicht hoch? So jetzt Oh, halt doch mal deinen Maul Ich hab eingemutet, ja Das ist der Ninja Typ Ist das ätzend, ey Sorry Leute Ist wie es ist Ja Geil Der ist da rausgekommen Ähm Er hilft dir gerade Ja, äh Hm, außer Fällt mir nicht viel ein Ja Ja, da hab ich eben grad hingekommen Da war ein Ägypter im Brach Da war ein Ägypter im Brach Lass mich auch mal auf die andere Seite Oder lass mich nicht rüber Und ich hab kein weg Top Gun durch das Spruch Der Rohr ist online Oh, stand vorne auf der Tür ...śliau Sorry Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich Wozu, wozu, wozu Stoppt Alter, so. Wenn der da in den... Ich kann da nichts dafür. Kapkan ist in den Weg gelaufen. Ich bin unschuldig, das will ich hier erwähnen. Können wir in Ruhe spielen? Sind alle gemutet. Ich mag das Gewehr hier nicht so sehr. Ich glaube, das ist so ein... Ja, die wissen genau, warum sie sich gegenseitig düssen. Düssen? Düssen. Yeah. Please. Please? Ich glaube, der redet... Der versucht, das in die Vergangenheit zu packen. Please. Was ist denn die... Ich versuch's... Ich versuch's mal. Bitte in der Vergangenheit. Ich hab euch gebeten, ja? Alles richtig. Ich bin falsch. Ich dachte gerade, gebittet? Das hört sich mehr als falsch an. Oh, du hast die Kameraübertragung aktiviert? Hat sie ja nie gesagt. Achso, okay. Ich dachte schon noch. Meine Bombe wird legalisieren. Was war das denn hier? Die Stöle sind dann wieder aktiviert. Macht doch oder was? Hat der da irgendwelche Probleme bei dir? Ich glaube, der hat zu viel Munition. Kann das sein? Kann sein, aber hier in dem Spiel hat doch keiner ein Problem. Ja, die sind immer wieder fabelhaft geflogen. Ja, hm. Mittelprächtig, ne? Ich sagte fabelhaft. Hallo da oben. Ja, ganz oben auf dem Dach. Ja, ich bin in derselben Camp gerade gewesen. Ich muss mal ein paar Punkte sammeln, dass ich überhaupt irgendwelche Punkte kriege. Welche sie weg? Welche sie weg? Doch nicht. Du musst lauter sein. Sonst versteht man dich nicht. Ich sagte gleich, sie weg. Ach nee, doch nicht. Oder doch? Ach, die sind auch noch über mir. Auf meinem Dach. So ein Schrott. Ich habe ja kein Ziffen mehr. Ist er ernst oder meint er das nicht so, ganz so ernst? Was denn? Er hat geschrieben, hier mal so ein Valkyrie-Ding, um es mal weiß, wie man Kameras platziert. Ich glaube, der meint das ernst. Ich versuche nur das Holz zu treffen. Also ich verarsche, die stehen immer noch alle auf dem Dach, ne? Oh, jetzt rief ich mal. Ich lade nach. Ja, ich glaube, da habe ich keine Schnitte mit dem Typen hier. Die Waffe, die ist nicht so geil. Ich weiß, einige von euch werden sie wahrscheinlich geil finden. Ich habe nicht recht. Ja. Ich wurde mal wieder geasht. Ah. Den, der die Bombe gefunden hat. Ach, ich mag, ich, anders, wie sie drückt, ist am besten aus. Ich habe echt ein Problem in letzter Zeit mit Frost zu spielen, weil sie Frost so genervt haben, dass die bis auf ihre Fallen kaum noch spielbar ist. Die Schrotflinte hat eine viel zu klein, äh, viel zu kleine Reichweite. Die andere Waffe, ah, die ist nicht so geil. Die, du, du brauchst irgendwie doppelt so viel Schuss, um einen Gegner zu erledigen. Ich weiß es nicht. Ich spiele deswegen auch immer weniger mit Frost, aber hier mache ich es immer so gerne wegen der Fenster. Ja, so weit werden wir nicht kommen. Ich glaube, die, ah, ich weiß nicht, ob ich Frost nochmal hier nehme. Ich meine, aber die Fallen sind geil. Und sie liegt noch. Aber leider haben wir ja keine Cam im Hauptschlafzimmer mehr. Nö, die ist weggeschossen worden oder weggesprengt. Warte, die ist ja nicht weggetätschert. Naja, das glaube ich nicht. Die hänge ich ja immer übers Bett. Naja, Tätscher reinwerfen. Macht schon einiges. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trollen. Nicht schlecht. So, nimm. Ja. Ach. Oh, das Kuckloch. Das, was ich mir noch beschwert habe. Ja. Ich nehme alles zurück. Es war in Ordnung. Das Kuckloch war in Ordnung. Okay. Es war okay. Nein. 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 Ja, nimm den, den du nehmen möchtest. Ja, kann ich nicht. Jetzt kannst du ihn durch die Gegend scheuchen. Hey, hier, mach mal. Und hier, da. Und hier, öffne. Und jetzt hier, hier, hier. Ey, warum machst du es nicht hier? Ey, Mucho, Mucho. Ach nee, Jojo. Ja, der wollte mich noch, der wollte mich noch warnen. Deswegen habe ich zurückgeschaut. Aber da hatte ich keine Chance mehr. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ja, langsam ist das lustig da unten. Ich kann gar nicht mein neues Waffendesign präsentieren. Wir fahren mal wieder nach oben. Aber ich glaube, die sind ja keine Ahnung. Ja, natürlich sind die hier unten. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Ach, verdammt, ich drück. Bei den Camps kann man immer Leertaste drücken. Aber das ist immer so verzögert. Die Camps haben immer... Ah. Okay, wir sollen nichts spotten. Einsatz in fünf Sekunden. Wenn ich mit meiner Kamera spotten möchte, dann spotte ich. Stimmt. Nur Thatcher macht, was Thatcher möchte. Stimmt. Genau so war das. Schön, wir sind ganz weit voneinander entfernt. Sehr gut. Ja, das ist damit ich nur auf YouTube auftaufe. Genau, ich will dich gar nicht drauf haben. Geh bloß weg. Habt ihr es gesehen, wir sind jetzt zurück? Wir haben heute... Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Stichos, bitte kommen zu mir. Nein, kann ich nicht. Ich bin auf der anderen Seite. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Nichts, CT-TV. Ich will da hin. Entschärfer wurde erneut gesichert. Wir haben B. B ist klar. Wir kommen in von der BAT. Dann haben wir diese Tür. Ich kann dich in einem Moment. Entschärfer ist aktiviert. Beschütze ihn um jeden Preis. Marker, Marker. Ich glaube, der muss oben lang, oder? Hier gibt es doch keinen anderen wirklichen Weg. Feind draußen, ja okay. Über draußen kann er es machen. Da ist noch kein Gegner übrig. Reiner Schreckschuss. So, hier. Lass mich das mal machen. Einer Schreckschuss, dachte ich mir gerade. Voll abgestaubt. Kann man machen. Wir haben gewonnen. Alter. Okay, dein Score war jetzt nicht. Leider. Wir sollten die Scores mal irgendwie zusammenschneiden, wo du mal auf Platz 1 bist. Ach nein, das ist langweilig. Dann erwarten die so viel von mir. Na stimmt, stimmt. Warum haben sie ein bisschen Mitleid? Oh Gott, die schlechte Mozi. Na komm, dann probieren wir es nochmal, oder? Na gut. Ach so, das war es. Nur weil ihr es seid, ne? Nein, nur weil ich es bin. Weil man mich ja überhaupt nicht gesehen hat. So in Action. Musik. Ich erinnere mich auch. Musi? Was? Musi. Musi. Mozi. Ich finde, das klingt so ein bisschen wie ein weibliches Geschlechtsteil. Musi. Musi. Aber der Balkan-Ninja ist am Start. So. Stummschalten. Und. Stummschalten. Wen hast du anders? Der hier oben, ne? Der hier oben, ne? Oh, der, der, das. Oh, die Map mag ich. Die habe ich am Anfang sowas von weg gehatet, aber ohne Ende. Aber inzwischen mag ich die ganz gerne. Ich nicht. Heißt aber nicht, dass ich hier besonders mega gut bin, ne? Ich wollte es nur sagen. Ich habe nur gesagt, ich mag sie. Ja. Bitte. Das ist auch nicht. Und wen nehme ich? Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Wen soll ich nehmen? Sniper oder Ash? Okay, ich nehme Sniper. Den neuen. Was? Den welchen neuen? Den ganz neuen. Ah, der ist scheiße im Angriff. Der ist sowas von kacke bei mir. Vor allem hast du Brandpfeile. Ja, vor allem stellt er die hin und her, wenn ich auf A drücke. Und ich weiß nicht, warum. Vermutlich, weil du die mit A hin und her stellen kannst. Ja, super. Das heißt, wenn ich nach links gehe, stellt er mir den Pfeil um. Stimmt. Das ist... Das ist geil. Ich habe den nochmal ausprobiert im Terroristenjagd. Und das ging überhaupt nicht. Also, der ging so auf gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, auf wie vielen Ebenen der nicht gut war bei mir. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Sehr wahrscheinlich. Ja, doch. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob es an mir geht. Genau. Würde mich mal interessieren. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Da, 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 da. Gucken wir, wo die Gegner sind. Da, 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 da. Was? Die hier? Achso. Ich weiß nicht. Oh, hier. Ich habe eine richtig geile Position. Ich bin auch versehen reingespringt. Ich spotte mal. Ich will Punkte. So, hier fünf Punkte da. Fünf Punkte hier. Holt euch die Punkte. Und Puls läuft da ganz panisch. Irgendwie durch die Gegend. Fünf Sekunden bis zum Einzelnen. Hin, her, hin, her. Ich weiß auch nicht, was der will. Ich glaube, der muss aufs Clou. Entschärfer wurde zurückgeholt. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Tütti. Ich habe hier noch nie irgendeinen Operator gesehen, der wirklich mal aufs Clou muss. Was machen die in der Wehrbund? Achso, ja, stimmt. Obwohl, ich glaube, da hast du so viel Adrenalin, hast du andere Probleme als aufs Clou, oder? Wobei, wenn du sie durchfallst. Ja, das sind wichtige Themen, die werden immer tabulisiert. Aber warum? Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt einfach keinen Grund. Ich kann mich hier nicht hinlegen. Achso, ja, verstehe. Boah, ist das schön mit dem Licht. Läuft. Gut, dass man die Lampen kaputt machen kann. Da hat jemand mitgedacht. Ja, ich wollte den Muten. Hat leider nicht eben, das habt ihr ja, ne? Ich habe das mal gemacht, ne? Der den da um die Ecke geguckt hat? Ja. Achso. Die Bitch. Ich weiß nicht, was der wollte hier. Der hat mich gerade besucht. Finde ich unfair. Ist das nervig, dieses ewige Gelaber. Ich habe den nicht gesehen in der Ecke. Unglaublich. Ich hasse die Spiele, die mal denken, sie wissen alles und müssen allen unbedingt was sagen. Meist auch noch, wie sie spielen. So, ne? So, ne? Du kannst nicht in die Tür, aber du musst sofort nachschauen, wenn du nachschauen kannst. Dann will er dich nicht sehen. So, einfach, dass ich schnauze, mache ich jetzt was anderes. Von wo? Hier muss noch irgendwo. Das ist unsere Camp. Der Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Preis. Go to the first, go to the first. Alter! ... vom eigenen Druck verbleibt. Oh, ich habe Caps aber noch nicht zurückgehabt. Der Entschärfer wurde deaktiviert. Der Entschärfer wurde deaktiviert. Mission fehlgeschlagen. Soll ich das deutsche Wort Laber mal reinnehmen? Ne. Stopp labering. Weißer. Mann! Ich kriege erst mal dickes Mute ab. Unglaublich. Wie kann man so ein Aufmerksamkeitsbedürfnis haben? Ja, nein. Hinten rechts. Nein, nein. Oben links Fenster. Hinten rechts. Wirst du ja total blöd, bei dich zu konzentrieren. Grrr. Woran bist du eigentlich gestorben? Äh... Ah, da lag jemand hinter der Wand. Da war aber ein kleines Loch dran. Das Loch war aber manchmal der Leiche und so. Naja. Ein Schuss in meinen Körper. Ah, okay. Ein Schuss in deinen Körper. Ich glaube, das ist doch... Ja, ich glaube, das ist der häufigste Todesgrund hier in dem Game, ne? Ja, Schuss in den Körper. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich habe gehört, das soll scheiße sein. Ah, hier. Ich seh, ich kann nichts dran machen. Das ist... Also heute läuft es echt scheiße. Hm, ich weiß... Es bleiben noch 10 Sekunden. Alter, willst du mich verarschen? Ich kriege hier echt... Bei unserem Internet hier gleich einen echten Anfall. Muss ich sagen. Das ist... Das läuft heute wie ein Stück Kacke. Abstand halt. Wechselmagazine. Herzschlagfensor eingesetzt. Ich wollte es mal probieren. Ich habe unseren eigenen ins Bein geschossen. Das hat er gar nicht mitgekriegt. Öh, öh. Natürlich durch die Wand ins Bein. Okay, der hat natürlich kein Damage gekriegt, weil das ist ja nicht einer von uns. Mission gefährdet. So macht man das. Meine Freunde. Von hinten. Von hinten rein. Das mögen sie am liebsten. Das ist doch nicht. Habt ihr mich gesehen? Ich bin auf YouTube. Ich bin auf YouTube. Ja, die dachten sich mit dem Schild davorstehen und abwarten. Das ist die Lösung. War sie aber nicht. Läuft heute. Läuft. Was ist los? Ja. Hilfe zum Emil-Milinieren. War aber schnell. Natürlich jetzt, wo man einen ausgewählt hätten. Ja, genau. Dann musst du das jetzt gut machen. Jetzt musst du aber dich mal hier bemühen. Jetzt kannst du nicht errichten. Ich habe mich gerade schon bemüht, ne? Du hast absichtlich verloren. Dorn spielst du nicht so. Ich habe gar nicht verloren. Gott. Ach nee, du lebt es noch. Ich lebe noch. Du bist ja noch ins Bild gelaufen. Ja. Ich habe eine Bombe aufzuspüren. Ich verlasse mir nur noch was erzählen, aber nicht Beweis. Also ein Video aufmachen. Ja. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe. Ich habe mal eine schon gefunden unten. Gefunden? Gut. Ich glaube, eine ist noch in der Dusche. Oh ja, und gefunden. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Also, natürlich eigentlich von mir, weil ich bin ja im Bild gewesen. Ich war ja in seiner Drohne. Mozi hatte mal keine Lust. Ja, war sehr erfolgreich. Ich bin von oben nach unten gefahren. Das ist übrigens hier ein Wüstenpunkt. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, es sind ganz schön viele Autos. Ach so, so einen Knotenpunkt habe ich nicht einmal gesehen. Nicht mal in den Hauptdingern, ja. Ich glaube, die verarschen uns hier. So sieht das da gar nicht aus. Okay, macht das. Da ist gerade einer langgelaufen. Da, der lief da lang. Die ganze Zeit auf die Füße schon geschossen. Ja, bitte stell dich jetzt... Ja, Feind draußen. Ja, und ich habe C4 abgekriegt. Das Problem war, der Smoke war eigentlich ganz nett zum Hinlegen, aber dadurch konnten wir ihn überhaupt nicht backuppen, weil du hast nichts gesehen, wo die Gegner herkamen. Gut gedacht, eigentlich aber nicht so geil. Deswegen auch die blinden Schüsse. Was sollen die machen? Einschärfen können sie nicht und töten, ja. Du bist Platz 2? Ja, Mann, kann das! Mhm, 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 mhm. Jetzt kann es losgehen. Wollen wir ein bisschen rocken? Rock'n'roll! Yeah, let's rock! Ey, ich hab schon fünf heute. Es läuft heute bei mir in der Aufnahme hier, ne? Normalerweise ist es immer nicht in der Aufnahme. Ich hab übrigens übrigens... Fall die ein oder anderenfalls, dass sich das überhaupt interessiert... Ich hab erst mal dieses, äh... Ausgestellt Shadowplay im Hintergrund aufnehmen an meine Festplatte. Ich glaub, die macht das bald nicht nur mit, wenn er an meinen Aufnahmen wird. Machen wir mal wieder dasselbe. Darf ich? Danke. Leider kann man die am Fenster nicht tiefer setzen. Das find ich mal sehr schade. Also mehr als das. Es bleiben noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Sie sind platziert. Meine Süßen sind platziert. Die müssen doch reichen. Dann hört man wenigstens von wo die kommen. Die müssen doch reichen. Dann hört man wenigstens von wo die kommen. Das wird unser Tod sein. Dadurch werden wir verlieren. Aber ich hab's jetzt mal einfach mal gemacht. T-T-T-T, ja. Trouble in Terrestentown. Genau das ist es. Wer ist der Verräter? Okay, dann helfe ich euch ja nicht. Wenn ich... Wenn ich so ausgesperrt werde. Also, die Wände hier, sie sind aber nicht alle praktisch. Man kommt gar nicht bis hierhin wirklich. Und wo denn? Ja, das zu dem Thema. Weil direkt vorm Fenster. Und ich ja ausgesperrt. Man muss jetzt mal alles öffnen. Nicht, dass man's da mitkriegt. Oh, blind auch noch. Weil der das gemerkt hat. Okay, das werden wir sowas von verlieren. Ah, ich freu mich mit so einem Team. Also, die anderen. Ja, dass ich mal daran mal Nero gesagt hab. Läuft gerade. Mhm. Ne, das liegt dann... Mach mal hier hinten die Tür zu. Oh, da ist Blitz vorm Fenster. Ne, die waren nicht vorm Fenster, Arsch. Die waren auf der Straße. Stimmt. Die haben alle ausgeschaltet. Also, auch oben und sowas. Da stimmt doch was nicht. Irgendeiner hat Fox vorhin als Hacker bezeichnet. Aha, stimmt. Habt ihr auch gehen. War es Hacker oder irgendwas? Irgendwas? Irgendwas war doch da. Aber wie kann das denn, dass alle ausgeschaltet... Also wirklich alle... Wer läuft denn da rum und macht alle... Das stimmt doch was wirklich nicht. Jetzt nehm ich mal ihn hier. Ja. Auch wenn die Waffe beschissener ist. Da haben wir meine Engelsstimme etwas ölen hier. Ölen? Ölen? Achso. 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 lum Ich hab ja ein Problem. Ich hab Blitz bei mir. Wo ist der denn? In der Eingangstür. Oh, kann weiß ich gar nicht. Aber ich glaub tot. Ich suche nach Feinden. Ich glaub da ist jemand die Treppe gerade runtergekommen. Ich auch nicht. Naja, ich glaub hier von rechts. Ich glaube, die sind auch in der Haupteingangstür. Ja, Haupteingangstür. Oh, ist ein bisschen angehittet. Aber lebt noch. Ich glaub, Blitz geht da nicht mal raus. Und die Zeit vergründet. Blitzert meine Waffe nicht schön. Oh, ich geh direkt vorm Eingang. Oh. Wo ist Maza? Kann er das irgendeiner anzeigen? Alter, ich hab genau auf den Kopf gerade geschossen. Und dann kam ich von hinten und wurde ich abgeknallt. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Ja. Warum Camps benutzen? Ja, und da sind wir wieder bei diesem komischen Fox. Alles nur bei Näher und gesagt. Ab, das läuft gut. Ich würde sagen, wir verabschieden uns wieder schnell. Einer das Dilemma sieht. Genau, genau. Nein, wir holen uns jetzt noch die Punkte rein. Ah, komischer Typ. Naja. Von hinten abgeknallt wurden. Es war aber klar, dass irgendwann einer von hinten kommen wird, weil wir das Schild so unter... äh, Feuer hatten. Hey, ich bin nicht ganz unten. Du bist zweiter, was willst du eigentlich? Selbst wenn alle noch da sind. Trotz allem, also, wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Folge wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschü tschü. 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 Tschü.